Musik Warum sind Sie heute hierher gekommen? Ich bin heute hier, um das neue Gerät des Yashi auszuprobieren. Ich möchte gerne abnehmen, allerdings möchte ich nicht nur Gewicht reduzieren, sondern auch meine ganze Giftstoffe und Schadstoffe aus dem Körper ausscheiden. Was versprechen Sie sich davon? Ich verspreche mir davon, dass ich ein Körperfett abbaue, die ganzen Schadstoffe, so wie Giftstoffe aus dem Körper ausscheide und natürlich auch Umfang reduziere hauptsächlich. Der Yashi-Dom ist ein unwahrscheinlich vielseitiges Gerät, das in der heutigen Zeit eigentlich sämtliche Emotionen und Bedürfnisse des modernen Menschen treffen. Da steht natürlich im Vordergrund Wohlbefinden und Gesundheit, das ist ganz klar. Aber auch Ästhetik, Körpersilhouette. In diesem Bereich kommt sehr, sehr stark Anti-Aging mit rein, Hautzellverbesserungen. Es ist eine schiunendliche Liste und dafür ist der Yashi-Dom prädestiniert. Das sind jetzt die ersten Minuten. Sind Sie überrascht? Wie fühlt es sich an? Das fühlt sich super an. Es ist schön warm. Allerdings merkt man richtig, dass die Wärme in die Haut reingeht. Das kann man gar nicht wie eine Sauna vergleichen. In der Sauna bleibt die Wärme auf der Haut drauf, aber hier spürt man, wie die Wärme richtig in die Haut eindringt. Und das fühlt sich super an. Ich habe mir den Yashi-Dom angeschafft, um unseren Kunden hier im Institut noch mehr Anwendungsmöglichkeiten zu bieten. Unter anderem im Wellnessbereich, der Stressaufbau, die Wellnessgeschichte an sich zu fördern, dann Erholungsphasen zu steigern, mitunter natürlich auch die Zellulite, Umfangreduzierung und auch Hautbildverfeinerung zu bieten. Man schwitzt richtig hier drin, weil mir tropft schon überall runter, aber es ist richtig angenehm und richtig entspannend. Er kann eigentlich all das, was jeder Mensch sucht, sei es jetzt, wenn jemand abnehmen möchte, sei es jemand, ein Sportler, der sich auf einen Leistungssport vorbereitet, sei es jemand, der nach dem Leistungssport runterkommen möchte, sei es der Manager, der eine Antistressbehandlung haben möchte. Yashi-Dom findet für jeden die Lücke, weil er eben im Bio-Bereich arbeitet, der sofort mit dem Körper in Resonanz geht. Ich fühle mich frisch, also es war einfach super, ein super Gefühl. Man muss es echt mal ausprobiert haben, um zu merken, was für ein Gefühl das ist. Das Gesondere ist eigentlich, dass ich hier eine Schwitzkur, möchte ich das mal nennen, nachvollziehen kann, die auf dem organischen Ursprung beruht. Das bedeutet, dass ich genau dem menschlichen, biologischen Körperspektrum entsprechend infrarot, langwellige Infrarotstrahlung tiefer ins Gewebe leiten kann. Letztes war, ich bin halt ziemlich gespannt auf die Ergebnisse. Ich merke selber, dass meine Haut ziemlich straffer geworden ist. Ich freue mich auch total auf die Ergebnisse nachher. So, noch einmal schön schweißen. Oh ja. Oh Gott. Wir sind sehr ausgebucht mit dem Iyashi-Dom seit circa zwei Wochen. Die Kunden untereinander bekommen es natürlich auch innerhalb des Studios mit, was hier passiert und dass sich jeder Kunde sehr wohl nach dem Ergebnis fühlt, einfach pudelleicht fühlt und auch merkt, dass zum Beispiel auch Rückenbeschwerden deutlich gebessert werden können und die Ergebnisse sind natürlich sehr, sehr ansprechend für die Kunden. Ich habe keine Rücken-Schmerzen, gleich nach der zweiten Behandlung, das muss ich sagen. Sonst fühle ich mich wirklich wohl. Es ist also nicht zu vergleichen mit einer Sauna, mit einer Infrarotsauna oder irgendetwas in diesem Bereich, weil der Körper da nicht in Resonanz gehen kann. Und hier, man sieht das ja auch anhand der Analysen, der Messanalysen, die wir bereits durchgeführt haben, dass der Körper eigentlich innerhalb von 30 Minuten sofort mit diesem Gerät arbeitet und diese Werte da rauskommen. Die Kunden haben deutliche Verbesserungen in der Umfangreduzierung, in der Hautverbesserung und teilweise auch, muss man sagen, dass die Rückenbeschwerden gebessert werden können. Auch bei Lipödömen haben wir sehr gute Erfolge und die Kunden buchen weiter, weil sie merken, dass sie sich daher auch sehr, sehr leicht hinterher fühlen. Ihr Fettmassen, Ihr Fettanteil ist super runtergegangen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Miyashi-Dom. Mein Hautbild hat sich verändert, meine Haut ist strafer geworden. Ich habe drei Kilo an Körperfett abgenommen. Das ist ziemlich viel für die zehn Anwendungen und ich kann das eigentlich nur weiterempfehlen. Also dann, tschüss. Bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020